Wie ist Israel Gottes Volk? Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 5, auch ihr als die lebendigen Steine baut euch zum geistlichen Haus, also zum Tempel, ihr seid der Tempel, und zum heiligen Priestertum, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Also keine blutigen Opfer, sondern geistliche Opfer, Opfer im Geist und in der Wahrheit. Wenn wir Priestertum sind, wenn wir ein heiliges Priestertum sind, wenn wir in Jesus Christus sind, dann kann Israel nicht Gottes Volk sein, weil Israel das Priestertum nicht mehr hat. Mose sagt ja zu Israel, ihr seid ein priesterliches Königtum. Zur Gemeinde steht in der Bibel, dass wir ein königliches Priestertum sind, mit Betonung auf Priestertum, und Petrus bestätigt das auch hier nochmal. Also auch, und auch ihr als die lebendigen Steine, lebendige Steine eines lebendigen Tempels, ja, baut euch, er baut euch zum geistlichen Hause, also zum Tempel, die Gemeinde Jesu ist der Tempel Gottes im Geist und in der Wahrheit, und zum heiligen Priestertum, zu Opfern geistlicher Opfer. Das ist etwas, was ganz oft unterschlagen wird, ja, bei den Pastoren. Und das ist eigentlich ein Unding, ja. Petrus sagt, der erste Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid das außerwältige Schlecht, das königliche Priestertum. Da ist es, ja, ihr seid das königliche Priestertum, mit Betonung auf Priestertum. Ihr seid das heilige Volk, nicht Israel, sondern die, die an Jesus glauben, sind das heilige Volk. Das Volk des Eigentums, des Eigentums Gottes, ja, dass ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr vorher nicht ein Volk waret, keine Nation, ja, keine Nation, die Gott erwählt hätte, so wie Israel erwählt war, als Nation im alten Bund, ja, die ihr vorher nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und zwar Gottes Himmels Volk, aus allen Nationen, ja. Gott hat heute keine Nation, der sich besonders zugehörig fühlen würde, weder Israel, noch Amerika, noch Deutschland, noch sonst irgendein ethnisches Volk, sondern es gibt ein geistliches Volk, eine geistliche Nation, das sind alle die, die in Christus sind, ja. Deswegen schreibt Paulus, die ihr vorher nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und vorher nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das ist eine Aussage, die Petrus trifft und die wir berücksichtigen müssen, und mit dem Gedanken gehen wir in Römer 11. Da sagt Paulus, so sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, auf keinen Fall, ja. Denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams und aus dem Geschlecht Benjamins. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat, ja. Weiter unten, sagt er aber, sind sie, in Vers 11, so sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten, ja, weil sie sind ja scheinbar gefallen, oder weiter in Vers 7, was Israel sucht, das erlangte es nicht, die Außerwelten aber erlangten es, die anderen sind verstockt, die anderen aus Israel sind verstockt. Gott hat ihnen gegeben, einen Geist des Schlafs, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören bis auf den heutigen Tag. Das ist also das Urteil des Paulus über Israel, über das irdische Israel. Und dann zitiert er David, lass ihren Tisch zu einem Strick werden und zu einer Berückung und zum Ärgernis und ihnen zur Vergeltung. Verblende ihre Augen, dass sie nicht sehen und beuge ihren Rücken alle Zeit. Das ist das Urteil von Paulus über das irdische Israel, ja. Und dann sagt er in Vers 12, wenn ihr Fall der Welt Reichtum ist und ihr Schade ist der Heidenreichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde. Und dann schreibt er später unten auch, dass sie ausgerissen sind als natürliche Zweige aus dem Ölbaum. Und dass die unnatürlichen Zweige, die aus dem wilden Ölbaum, also wir, die wir an Jesus glauben, aber der irdischen Herkunft nach aus den Völkern stammen, dass wir in diesen Ölbaum eingepflanzt sind durch den Glauben. Wir sind in das Glauben der Israel eingebunden. Das ist ein Bild, was er da benutzt. Und wir sind nicht in das abgefallene Israel eingebunden, sondern wir sind in das Glauben der Israel, in das Israel Abrahams, da sind wir eingebunden. Abrahams, Isaacs und Jakobs. Abraham war ein Glaubensmann. Israel war jemand, der sehr geduldig dargestellt wird in der Bibel, der geduldig Leiden erträgt. Und Jakob wird als jemand dargestellt, der einen neuen Namen bekam, der Israel genannt wurde nachher. Das ist ein Bild auf die Wiedergeburt eigentlich, eine neue Natur zu bekommen, einen neuen Namen zu bekommen. Das sind alttestamentliche Bilder auf das Glaubensvolk, das Gott hat. Und Paulus sagt in Vers 19, die Zweige sind ausgebrochen. Also wenn man Zweige ausbricht, die liegen zwei oder drei Tage, dann sind die vertrocknet. Und weiter unten schreibt Paulus, denn so ihre Verwerfung, das ist jetzt Vers 15, denn so ihre Verwerfung der Weltversöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben von den Toten? Also er spricht von einer zukünftigen Annahme. Das heißt, wenn jemand angenommen werden muss, dann ist er vorher auch verworfen worden, ist er vorher beiseite gesetzt worden, sonst muss man ihn nicht annehmen, wieder annehmen. Und am Anfang des Textes schreibt er ja auch, ihre Verwerfung ist der Weltversöhnung. Das heißt, Israel ist verworfen. Israel ist beiseite gesetzt. Israel ist damit auch nicht Gottes Volk. Aber jetzt schreibt er im Vers 1, hat Gott sein Volk verstoßen. Er sagt, das sei ferne. Und hier sagt er, Israel ist verworfen. Das passt ja irgendwie nicht zusammen auf den ersten Blick. Die Lösung dafür ist folgendes. Paulus sagt, hat Gott sein Volk zu 100 Prozent verstoßen. Ein für allemal, auch aus der griechischen Zeitform raus. Und da sagt er, nein, Gott hat Israel nicht zu 100 Prozent verstoßen, weil ich bin ja auch ein Israelit und glaube an Jesus. Also Israel ist nicht einfach nur verstoßen worden, weil es Israel ist, sondern Israel ist verstoßen worden zum großen Teil. Aber die Wahl der Gnade aus dem Volk Israel und aus allen Völkern der Welt, aus allen Menschen der Welt, die hat zum Glauben an Jesus gefunden. Also es geht nicht um eine pauschale Verwerfung Israels, sondern Israel wird genauso gehalten wie alle anderen Völker auch. Und eine Auswahl aus Israel und eine Auswahl aus den Völkern der Welt kommt zum Glauben an Jesus Christus. Da sagt Paulus, also hat Gott sein Volk zu 100 Prozent verstoßen? Nein, sagt er, das beste Beispiel bin ja ich selber. Ich bin auch Israelit, bin aber auch zum Glauben gekommen an Jesus. Das sagt er dann ja hier, denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamins. Und die zweite Aussage damit ist, hat Gott sein Volk für immer verstoßen? Ein für allemal und für immer. Und gibt es keine Wiederannahme? Nein, sagt er, wenn ihr Fall der Weltreichtum ist und ihr schadet der Heidenreichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde? Und was wird ihre Annahme anderes sein als Leben von den Toten? Das ist Vers 12 und Vers 15. Also Paulus spricht von einer zukünftigen Annahme Israels. Israel wird wieder angenommen werden. Israel wird auch ganz gerettet werden. Zumindest das, was von Israel dann auch übrig ist. Weiter unten schreibt er ja, dass ganz Israel wird selig werden, Vers 26. Allerdings sagt die Bibel auch, dass zwei Drittel des Volkes umkommen und nur ein Drittel bleibt übrig. Und dieses letzte Drittel wird dann nochmal geläutert und nochmal gereinigt und nochmal dezimiert. Das heißt, von dem heutigen Staat Israel, von dessen Bevölkerung, bleibt nur so ein ganz, ganz kleiner Teil übrig. Und das ist dann das, was gerettet wird von Israel. Das ist dann das ganze Israel. Das ist aber nur noch ein Überrest von diesem Volk. Das heißt, aus dem, was Paulus hier schreibt, müssen wir sagen, Israel ist beiseite getan. Aus Israel wurde ein Überrest, eine Wahl der Gnade, wurde zum Glauben an Jesus Christus geführt, wofür er das beste Beispiel ist. Und Israel ist zur heutigen Zeit halt verworfen, beiseite gesetzt. Es ist ihr schade. Ihr Tisch ist ihnen zur Berückung und zum Ärgernis geworden und zur Vergeltung. Ihre Augen sind verblendet. Das heißt, der große Teil Israels ist verstockt, Vers 7. Das heißt also, heute ist Israel nicht Gottes Volk. Das kann man aus Römer 11 ableiten. Das wird euch aber nicht gesagt, weil das heute halt schwierig ist, sowas zu äußern. Aber aus dem Gesamtzusammenhang kann man das sehen. Also, wenn Paulus in Römer 11, Vers 1 fragt, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Dann muss man das so verstehen. Hat Gott sein Volk zu 100 Prozent verstoßen? Antwort von Paulus, nein. Ich bin da auch Israeli dann zum Glauben an Jesus gekommen. Zweitens, hat Gott sein Volk für immer und ein für allemal verstoßen? Nein, sagt er, Israel wird in der Endzeit wieder angenommen werden, beziehungsweise zumindest das, was von Israel dann auch übrig ist. Und das ist die Sichtweise, die Paulus hier in Römer 11 vertritt. Und vom Rest Israels, da sagt er, dass der Rest Israels verstockt ist, dass sie einen Geist des Schlafs haben, dass sie Augen haben, die nicht sehen und Ohren, die nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Also, das ist die Sichtweise, die man da hat und die muss man auch, glaube ich, für die Eschatologie einsetzen und verstehen. Das heißt, heute ist Israel nicht Gottes Volk. Wer ist Gottes Volk? Naja, wie Petrus in 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, die, die an Jesus glauben, die sind Gottes Volk. Nicht Gottes irdisches Volk, sondern Gottes Himmels Volk, weil wir keine Nation waren und auch keine Nation werden, sondern wir sind Gemeinde Jesu, Leib Jesu Christi. Und das sagt Paulus in seinem Kapitel in Römer 11 und Petrus in 1. Petrus 2. Ich wollte das nur einfach nochmal zeigen, weil wir heute immer wieder diese Aussage haben und ich habe das auch so gelernt, ich habe das auch lange so verwendet, weil man sich da auch ja eigentlich nicht direkt so unbedingt Gedanken zumacht. Aber ihr hört überall heute, dass Israel Gottes Volk ist und Israel ist nicht Gottes Volk. Also laut Paulus nicht, laut Petrus nicht und laut Jesus eigentlich auch nicht. Israel wird wieder Gottes Volk, aber heute ist die Gemeinde Jesu Christi Gottes Volk. Gottes Volk, ein Nichtvolk. Ich will euch eifersüchtig machen über einem Nichtvolk, sagt Gott im Alten Testament. Also diese Aussage, dass Israel Gottes Volk ist und dass die Gottesvolkschaft da so betont wird, bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass man scheinbar vergessen hat, dass die Gemeinde Jesu Gottes Volk ist. Der Punkt ist nämlich der, entweder ist Israel Gottes Volk, dann sind wir nicht Gottes Volk, dann sind wir auch nicht erlöst. Wenn wir dann, wenn wir erlöst werden wollten, während einer Zeit, wo Israel Gottes Volk ist, müssten wir uns beschneiden lassen und die Gebote halten, die 613, die aber die Juden selber ja nicht halten können. Also wenn ich sage, Israel ist Gottes Volk, dann sage ich damit, dass das alttestamentliche, aronitisch-levitische Priestertum noch existieren würde. Und dann wären wir alle nicht erlöst. Das ist die Netto-Botschaft oder die Konsequenz daraus, wenn man sagt, Israel ist Gottes Volk. Wenn ich sage, Israel ist Gottes Volk, sage ich damit, die Gemeinde ist nicht Gottes Volk. Es gibt überhaupt keine Gemeinde. Dann ist die Gemeinde eine Schimäre, eine paulinische, fixe Idee vielleicht. Wenn Israel Gottes Volk ist, dann würde das aronitisch-levitische Priestertum noch existieren. Dann wäre Israel ja nicht beiseite gesetzt, sondern dann wäre Israel ja bei Gott. Und wenn wir als Nicht-Israeliten erlöst werden wollten, dann müssten wir uns in diesem Fall, müssten wir uns dann beschneiden lassen und die Gebote halten oder Proselyten werden. Wenn die Gemeinde Jesu Gottes Volk ist, dann kann Israel nicht Gottes Volk sein. Dann gibt es zwar eine Glaubensauswahl aus Israel, die zum Glauben an Jesus Christus kommt und dann auch zu diesem Gottes Volk gehört, zu diesem geistlichen Priestertum, das geistliche Opfer opfert. Aber dann ist die Gemeinde Jesu Gottes Volk und nicht das irdische Israel. Wenn man also sagt, Israel ist Gottes Volk, muss man sich im Klaren darüber sein, welche Konsequenzen das hat, vor allem in Bezug auf unsere Erlösung, auf unser Heil. Und das sind gravierende Konsequenzen. Und ich glaube, dass hier so eine Verschiebung entsteht, nach und nach, von der Gemeinde Jesu Christi, von der Kirche Jesu Christi, wie man da auch immer sagen will, hinzu zur Gemeinde Jesu, eine Verschiebung entsteht Richtung des Israelischen, Richtung jüdisch. Ja, wir sind also Juden 2.0 mittlerweile oder wir werden zu Juden 2.0 gemacht und wir merken das überhaupt nicht. Und alle Evangelikalen, also 99 Prozent von denen, die ich höre, die wiederholen das einfach und sagen, Israel ist Gottes Volk. Aber die Konsequenz daraus ist, wenn Israel Gottes Volk ist, sind wir nicht erlöst. Muss man sich im Klaren sein darüber, wollte ich euch kurz zeigen. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Gottes Segen und bis bald.